Musikstunde? Ja, wie spielt man Klavier? Wie spielt man Klavier? Er ist der Profi, ich spiel nur nicht. Ich frag ihn nicht. Ich bin der Boss, er ist der Zweitboss. Ich war der erste Boss, nur der Zweitboss. Ist egal. Also, wir spielen erstmal... Wie machen wir? Wir machen ja ein spielerisches, spielerischer Musikunterricht. Ja, und wie machen wir? Das ist wichtig. Also, man drückt hier mit seinem Zeigefinger auf eine Taste auf. Genau, und jetzt muss man immer weiter gehen, also so. Das ist jetzt, wer als erstes... Wann man sich trifft, dann sieht man ja, wo die Mitte ist. Ja. Bei dem Zweitestet gewonnen. Mit einem Finger. Mit einem Finger. Auf die Plätze, fertig, los. Ja. Joachim, du hast ein bisschen geschummelt. Ich hab aber wieder zurück... Ja, ein bisschen geschummelt. Nochmal. Jetzt Seitentausch. Das war ungerecht, glaub ich. Richtig ungerecht. Bereit? Eins. Zwei. Ja, ich hab nie gewonnen. Ey, du hast deine Hand rüber drückt. Nein, auf die andere nochmal rauf. Was soll man machen? Ja, ich bin nicht gut. Wer spielt jetzt gegen einen? Ich war erstes Mal so weit bin ich gekommen. Wer spielt denn jetzt gegen einen? Heinrich gegen mich, okay. Willst du als erstes auf die oder auf die Seite, Heinrich? Auf die. Sehr gut. Immer links bleiben, nicht vergessen. Auf die Plätze. Fertig. Dein Kopf ist da! Das war schlecht. Geht's weiter? Ja. 3, 2, 1, los. Jetzt kommt das Duell der Giganten, Heinrich gegen Josef. Ja, das ist, zwei Idioten ist auch gut. Auf die Plätze. Fertig. Los. Das war ungefähr die Mitte. Seitentausch. Auf die Plätze. Fertig. Los. Er ist ein bisschen besser. Heinrich ist der Zweitboss. Josef wurde zum Drittboss gegen geradiert. Macht nichts. Der Drittboss hat auch viel zu sagen. Sieht man dich nicht... Mehr als der Ersteboss. Was? Weniger als der Zweitboss. Mehr als der Zweitboss, meine ich. Mehr als der Zweitboss. Mehr als der Dritteboss. Und mehr als der Ersteboss bin ich. Also der Mittelboss. Okay. Zu Ende. Zu Ende. Zu Ende. Zu Ende. Musst du mir nachsagen? Musst du mir nachsagen? Ich würde ja noch runter. Schade. Ende. Ende. Musst du mir nachsagen?